Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Phasmophobia. Ich habe mir den guten Jason Yoder geschnappt. Der Bus. Und wir spielen heute eine Runde Prison. Oh, Profi. Ach ja, easy, Alter. Gehen wir hin. Geistung hält sich in Grenzen. So. Ja, alles haben wir. Würde ich sagen, let's go. Wir sehen uns dann, wenn die Runde gestartet hat. So. Darfst du mal hingehen? Da bist du ja endlich. Ja, wenn's euch gefällt, lasst gerne Post, die Bewertung da. Abonnieren, den Kanal, um nichts zu überpassen. Schaut bei Jason vorbei. Erster Linie in der Videobeschreibung. So. Und, äh, könnt ihr auch gerne auf den Weg folgen. Ich mach die Kamera fertig. So, zümmich jeden Abend. So, Schlüssel brauchen wir. Okay, wir müssen rein. Äh, ich nehm ne Kamera mit. Mit Stativ, weil wir haben ein paar. Ja, ich geh schon mal Strom anmachen, ne? Oder willst du? Ja, ich komm mit. Wir können halt, wir, ne, wir machen das beide direkt. Stell die Kamera vor die Eingangstür dann. Ist aber eigentlich useless jetzt, den, zusammen zu gehen. Wir haben, wir haben jetzt vier Pillen. Wir können hier jeweils beide einen nehmen. Äh, und der Geist fängt erst ab 50% an zu jagen. Und die Chance ist, glaub ich, 3%, dass er davor anfängt. Mann, ich hoffe, fristisch. Ich hoffe nicht. In Session. Kriegst du's hin, die Tür aufzumachen? Ja, wenn du da drin stehst, du Flomflücker. Hahaha. Ja, dann stelle ich, stelle ich die hier hin. Was ist die? So, du weißt, wo der, wo der, äh, Dings ist? Ja. Das ist ja mustat, dann hol ich noch mehr Items. Oh, er lässt mich allein. Ich glaube, Angst. Ich glaube, ich kann jetzt auch in das Zugang reden, ja. Nein, lieb's noch. Äh. 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 Äh, wo waren die? Es ist 1, 2, 1. Hier war der noch irgendwo. Hä? Äh, Bro, guck mal auf die Karte. Ich finde ihn gerade. Mein Lul. Äh, direkt vor dir. Ah, ja. Hahaha. Oh, hier liegt ein Knochen. Oh, lecker. Ich nehme Broderbrand mit. Jupp. Oh, das ist kein Flurgeist, ja. Ich glaube, der ist Zellenblock. Ah, schön. Da geht der runter halt oben. Ja, wir räuchten die Box. Dann können wir halt besser gucken, äh, ob er wirklich in den Raum ist. Willst du mal holen gehen? Ja, ja. Du hast ja eh Kamera dabei, aber ich will jetzt auch eine mitgenommen. Wo? Nee, ich. Ja, ich hab, äh, wo ist Fotoapparat? Ach so, gut, ich hab Kamera dabei. Äh, ich hab Fotoapparat, meine Güte. Ich hab Fotoapparat, aber, äh, wo ist der Raum mit dem Strom? Also. Du meinst... Beziehungsweise, wo dienst du? Ja. Also ich dachte, das ist der Raum mit dem Strom, oder nicht? Ja, ja, da ist der Strom, und vorne dran liegt der scheiß Knoppen. Dann holst du, dann holst du mal die Box. Ja, ich glaub, dass der Ewa Ewa A ist. Hier ist das dann. Ich hab die da von links gehört. Wir müssen halt noch kurz warten, bis es wärmer wird. Ey, guck mal, es gibt ja Sternebewertungen. Wo? I am Journal. Mein Bild ist relativ hochwertig. Hä, guck, wie kann ich denn nochmal draufdrücken auf Journal? J, für Journal. Ah, ja, stimmt. Ja, mein Folf. Oder meine Bilder. Folf, ich vergessen, mein Folf. iPhone 3, FD an, so krass wie... Das ist ja eine Maschine. Komm doch mal ab, Bruder, was machst du dann? Ja, ich hol jetzt, äh, die Kamera. Ich hab doch Kamera dabei. Boah, Junge, ich hör hier die ganze Zeit Steps an. Also, das macht mich paranoid. Ja. 8 Grad. Ich lass den Fotoapparat mal hier im LKW nochmal liegen. Und nehm mal lieber EMF und Box mit. Ja. Also, ich hab halt hier in dem A-Block 8 Grad. 5 Grad. Ja, du musst mal sagen, gib mir da ein Zeichen so. Dann macht der Geräusch und dann kannst du Kulturen. Oder gerade... Ja, ich glaub, das ist 10-Block 8. Ich hab hier halt unter 10 Grad die ganzen Zeit. Ich stell jetzt erstmal die Kamera hin. Wenn das unter 3 Grad geht, dann ist es, äh... Wie viel? Junge, der Typ steppt hier rum, Alter. Ich scheiß mir gleich in die Hose. Ich hör hier auch Wasser. Ich glaub, der ist oben. Oder hast du... Ich hab kein Wasser. Ach, du bist das mit der Box, oder was? Ja, also, das war doch ein bisschen Wasser. Wo bist du denn? Direkt nebenan. Wo ist denn Fernblock A? Ja, da hinten. Gib uns ein Zeichen. Die Frage ist, hast du kein Wasser gehört? Oder warst du das mit der Box? Das kann doch... Ich bin... Ich bin der Box gewesen, aber ich hatte die nämlich kurz an. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, 19. Wie alt bist du? Hier im Vorraum hab ich jetzt halt 11 Grad, ne? Wie alt bist du? Es ist hier 8 Grad. Wie alt bist du? Lieg's mal hier auf dem Tisch. Wie alt bist du? Ich laufe nebenan die ganzen Zellen lang und frag mal. Wie alt bist du? Ja, in den Zellen ist es wärmer. Ich glaub, das ist hier, wo die Kamera steht. Da hab ich sie eben gerade. Wie alt bist du? Ja, ich hab's hier auf dem Tisch, wo die Kamera steht. Ja, das Teil steigt auch. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, lass doch raus. Senn jetzt hier aufhören. Hast du Buch dabei? Äh, nee. Ich hab EMF und Bock. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Es kann halt natürlich auch sein, dass der für uns ist, aber da haben wir halt schon 9 Grad, ne? Könnte echt ne Raum sein. Kaffee. Uliung. Wie alt ist das? Muss auch mal sein, bevor er kalt wird. Bloody Mary. Ich habe Angst. So, ich bin raus. Ich guck dann gleich mal aufs Ort hin. Ich hoffe schon, dass er dich umbringt, wenn du das da so sagst. Hahaha. Ich hoffe, er dringt dich um. Oh. Arme Sau, Jason. Ach so. Ob ich sind es? Doch, der ist er. Ja, der ist da oben. Das ist sein Raum. Kann ich das hier weglegen? Nehme ich Buch mit? Das nehme ich mit. Was lassen wir denn? Können wir denn? EMF-Reader, okay. Okay. Was ist Sanity 4033? Bin ich für nur kurz Pillen? So. Junge, das ist der Raum. Ich habe sie gesehen, wie sie da in dem Raum die Treppen hochgegangen ist. Das ist irgendeine alte. Also da waren halt sau viele. Die ist halt auch, hat so viele Türen geöffnet. Also Tick, Gitter. Ja, ja, ich habe sie gesehen, da wo die Kamera steht im Zentrum, habe ich sie die Treppen da hochgeflitzt. Das kann sein, dass sie die Kamera vielleicht nach hinten stellen müssen, wegen Ops. Aber ich habe jetzt Buch und Ding dabei. Buch und Ding. Und Fingerabdruck. Hast du Angst gehabt? Hast du Angst gehabt ohne mich? Ähm. Ne? Du bist ja ein bisschen harter Typ. Ey, komm mal, wie geil das aussieht. Warum bist du blau? Du bist blau bei mir. Ach, du bist blau, Sören. Bei mir bist du blau. Ja gut, dann ist immer das. Bei mir bist du blau. Ja guck, sie ist hier die Treppe hochgegangen. Das heißt, das ist der richtige Raum. Dann müssen wir die Kamera dann drehen. Das heißt, es könnte halt ein Reband. Wir hoffen einfach, dass es kein Reband ist. Dadurch, dass es keine Box ist. Wenn es keine Box ist, also ich gehe davon aus, dass es keine Box ist. Dann schau mir noch eine Kamera auf. Nimm die Box, aber trotzdem mal mit. Ich habe die noch. Entkommen sie dem Geist während einer Jagd, ohne Todesfälle. Äh, haben wir doch eben. Ja, es darf keiner sterben. Achso, du meinst. Achso. Wir haben schon alles geschafft, von den Aufgaben. Naja. Musst du auf Kerzen die Eternity weiter oben halten? Binge Licht und so? Echt? Naja, wirst du nicht. Ist auch lustig, ne? Kerzen bringen muss, aber Taschenlampen machen scheinbar gar nichts. I don't know. Kannst du hier mitnehmen, oder? Ne, ich bin voll. Ja, dann darf ich ein Foto abereitieren. Ja, brauchen wir eh nicht mehr. Na doch. Bild vom Geist, falls ihr wieder spawnt. Da ist ja keine Aufgabe. Dann glaube ich eh kein... ...nett mehr Geld. Doch. Ne. Aber kommentiert das mal in den Kommentaren. Ihr wisst das bestimmt besser als wir. Habt einfach mal rein, ob man mehr Geld bekommt, wenn das keine Aufgabe ist. I don't know. Auf jeden Fall ist das halt eine Olle, ne? Ist das hier? Nein. Nee, doch. Du gemerkt, der in die Hotzellenblocker heißt, du Lauch. Orientierung nicht gut, ist schon mal leid. Ich hoffe, der dich an den Geist. Lecker. Gefällt dir das? In der Tat. Hm. Gut, dann mach mal deine Lampe aus. Dann gucke ich mal, ob ich den Finger abdrücken. Lampe aus. Die Lampe ausmachen bringt ja nichts. Ja doch, dann sehe ich besser Fingerabdrücke. Nein, das endet eigentlich gar nichts. Gut, aber... Dann guck mal, wo der Geist ist. Bei der Zelle. Ja, ich weiß nicht, welches. Es kann sein, dass er auch hier gespawnt ist. Ich blaze die mal hier so in die Mitte, so, dass wir auf die... Nee, mach sie mal auf die Seite hier, mach sie mal dahin. Genau auf die andere Seite. So. Ja, inwiefern. Hier. Ja, hier hin, Richtung, Richtung da. Nee, die hat da, die hat eine Zelle aufgemacht. Richtung da hin, stell sie mal hier. Ja, jetzt ist er gespawnt. Wo ist er? Wo ist er gespawnt? Da vorne ist er. Die Olle. Und jetzt mal ein Fotoapparat. Den hätte ich jetzt gebraucht. Hm. Wo ist er denn gespawnt? Da hinten? Da hinten. Aber das hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Das heißt eigentlich nur, dass er da in der Nähe irgendwo ist. Nee, ich buch mal nach vorne hin. Dann probier halt mal da vorne die Box, wenn du sie noch hast. Ich stell mal die Kamera hier so hin, dass sie mir da vorne hin zeigt. Erstmal. Wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? Wie alt bist du? Was willst du von uns? Frag sie halt mal, ob sie ein Date will. Bist du Franzose? Oh, shit. Oh, shit. Daddy? Oh, Junge. Hilfe! Lach bitte doof dahinten! Meine Fresse, meine Fresse, Alter! Raki, wir haben nie wieder, ob er Franzose ist, Alter! Unsere Zahre Linke rein! Junge, die ist komplett durchgedreht, als sie gefragt hat, ob sie Franzose ist! Bist du mal so, oder? Digger! Ah, hier links, also ich hielt, dass die irgendwo rauskommt. Ja, ich hab jetzt noch mal die Kamera. Ja, hier, hast du noch Thermometer? Nee. Ah! Wie alt bist du? Fuck, die ist von mir gespunnt! Da vorne steht sie! Wie alt bist du? Junge! Nein! Ich hab Angst, ich geh da nie wieder hin, Alter! Geh mal ein Buch gucken! Was? Hier sind ja vier Temperaturen drin! Oh, lol! Brenn! Oh mein Gott! Natürlich wieder ich! Natürlich! Sechs Franzosen! Nein! 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 Woher wusste sie das? Junge, weil er sich getriggert hat mit Franzosen! Nein! Nein! Wo war das jetzt mit dem Buch drin, war das jetzt hier? Oh no! Wo ist die Kamera da hin? Nein! Ich sterbe, gestorben! Oh, oh, da ist sie! Sie ist direkt hinter ihm! Sie wollte mich richtig, Alter! Okay! Sie will uns richtig! Wieso bist du da gespawnt? Alter! Ist die schnell allein? Boah, Alter! Warum ist die so schnell? Boah, ist die ekelhaft, Alter! Mal gucken, ob er es schafft! Mal gucken, ob er es schafft! Boah! Meine Gülle! Er ist für Rander! An der Stelle! Ei, ei, ei! Ich hätte einfach laufen sollen, glaube ich! Mal gucken, ob er fährt! Ich habe einen Platz frei! Okay! Ich nehme die Fotoapparat mit! Und nochmal rein da! Wie sieht meine Intent hier eigentlich aus jetzt? Nach der einen Pille! Bei 40 nehme ich die andere auch noch! Ah, besser! Boah, ich glaube, die regenerieren dann weniger, seitdem nur ein Update! Ich sehe, ich habe fast mal durchgespielt, Kapper! Ich sehe, ich habe fast mal durchgespielt, Kapper! Ich muss gucken, ob ich immer mal was man schafft! Obwohl die noch kommen soll! Ich bin hier richtig im Ärger! Ich nehme was auf den Werfen! So, mal gucken, ob ich wieder gleich gejagt werde! Aber eigentlich nur die Cam dahin stellen! Und auf einmal jagt mich die Olle! Boah, nun mal hat die mich erschrocken! Ich komme in Frieden! Ich habe gar nichts gemacht! Da bin nur eine Bier getrunken! Gar nichts! Oh! Er weiß mal, wo dieser Block da ist! Das muss nur einen Daumen hoch geben! Wenn die Kommentare ringen! Was ist, dass er da nochmal allein reingeht? Ich werde abgehauen! Äh! Was war das gerade für ein Geräusch? Wo ist Sander eigentlich gestorben? Hahahaha! Hast du dich in der Zelle versteckt oder was? Mhm! Ich habe jetzt mal ernst! Warte mal, hier fangen die Windtemperaturen! Aber die kamen von da hinten! Das ist voll komisch, wo wo die spawnen! Darf ich jetzt bitte das Buch nochmal neu platen? Das Buch, genau! Ich meine, das war ihre Zelle! Ein wildes Sander! Ja, zufrieden! Jetzt hat er mal Obst auf Obst gucken! Die kennen mir noch! Ja, die steht ja noch! Dann schmeiß ich dich mal weg! Was macht der da? Uh, hat's hier nicht reingeschrieben! Weiß er doch! Ich bin davon aus, dass dich hier drin ist! So gut, jetzt gehe ich wieder raus! Im F war glaube ich auch nicht 5, als er mich eben gejagt hat! Weiß aber auch nicht genau! Boah, erschreck mich doch nicht so, Alter! Mit deinem Dreckding da! Ich nehme es gleich selbst in die Hand! Dann hast du gar nichts mehr! Na, hast du ja diesmal was in der Hand! Ne, ich suche das Buch die ganze Zeit! Ich bin so schnell für ihn! Ach, der Sender ist einfach der Geist! Es gibt eigentlich gar keinen Geist! Der hat nur so getan, als wäre er mein Mate! Er schreckt sich jedes Mal mit dem Buch! Ich schreibe immer nur wo, dass wir das nicht machen sollen! Einfach! Ah! 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 Da ist einfach so. Da ist es ja schön! Wo ist denn das Buch? Das ist ja alles absolut das drin! Nein, da war ein Buch! Meins? Gib mal ein Buch her, du Sau! Ey, das ist der Raum nicht, aber da war ein Gefriertremboraton, das kann ich nochmal einen tragen. Gefriertremboraton... Die Temperaturen... Was auch nicht? Dann mach ich mal einen Box... Boah... Das kann es nicht sein... Ja, ich spende... Ich nehm das Hemometer nochmal mit... Ich werd noch nicht eh sterben, lol, aber... Zander, hol dich da! Never... Schreibt mal in die Kommentare, ob er es schafft, draußen bin ich mit dem Geistes. Schreibt's mal genau jetzt in die Kommentare! Versich das Video kurz und schreibt's mal jetzt in die Kommentare! Ob er es schafft, das Fenster noch rauszufinden, was ein Geistes ist. Oder ob er sterben wird. Ich glaub, er wird ihn verwecken. Ähm... Gibt da eigentlich Licht irgendwo? Damit ich nicht so schnell Intensity verliere. Lampen, aber keinen Lichtschalter. Ja... Mh... 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 Gibt's nen... Wolltest du schon Kaffee trinken? Mh... 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 Oh ne! Bondo! Hä? Woher kommen die denn? Ich bin nicht von deinem Knie, aber... Da kommen die zu. Ne, es ist nur 1.4. Weiß dich schnell. Ich glaube, er stirbt jetzt. Lauf! Lauf! Hol ihn dir! Komm schon! Ich glaube an dich! Na los! Lauf! Sie läuft hier rein und macht die Tür auf! Oder gleich gleich wiederjagen, ne? Aha! So! Ja! Ach man, Sander, warum musst du denn so früh sterben? Du warst noch ein ganzes Leben vor dir! Ja, ja! Na mal ein Mitleidslike da lassen! Komm schon! Hat er es geschafft ein Foto zu machen? Natürlich nicht! Was kann der eigentlich nicht? Ich glaube die will gar nicht, dass ich da nochmal reinkomme. Also, Buch ist es glaube ich auch nicht. Ich kann mal gucken nochmal schnell. Ob ich Buch sein kann. Aber Orbs waren es nicht. Oh! Alter! Ah! Diese Steps von der, ne? Genau. Die sind 12 Grad. Minus 8. Minus 11? Nee. Minus 10. Minus 8. Ich bin überfragt. Ich bin hier mal irgendwo Spoof. Wie alt bist du? Sie hasst mich! Wo komme ich denn her? Oh lol! Die erste Zelle, alter! Oh, komm! Die ist aus der ersten Zelle! Die kann sich auch nicht an Scheinmose wohnen, ne? Neehhehehe. Die sucht halt nur Zuhause. Hätt ich doch auf jeden Fall gehabt. Warum? Also, ich schreib' ihm nochmal in dem Raum. Die. 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 Das liegt an meinem Arsch. Tja, ich hab sie abgewimmelt. So geht man jetzt, wie gesagt, ab. Am liegen, da läuft sie. Jetzt ist sie weg. Ja, Bruder, ich fahr jetzt einfach, Alter. Also er hat's nicht geschafft, man kennt ihn. Bluter Geist. Ich bin mal gespannt, was es war. Ich hab jetzt einfach mal ein Ding eingedrungen. So, hab ich jetzt noch irgendwas gefunden. So EMF, ich kann höchstens EMF angeben. Geisterbuch gebe ich nochmal an. Aber das ist nix. Das heißt, es kann nicht EMF sein, aber ich würde auch... EMF glaube ich nicht, aber Geisterbuch kann es halt wirklich sein, ne? Er ist da Box, dann wäre es n Dämon. Aber ist er aggressiv genug für n Dämon? Die Fingerabstruktur geht nicht. Orbs gehen. Pam, da hatte ich aber keine gesehen. Ich würde sagen, es war... Ah, Geisterbox, ne? Geisterorbs, glaube ich. Ich sag... Ich sag, es war ein Juro. Obwohl... Von Aggressivität könnte es halt auch n Dämon sein. Ich würde mal schnell irgendwelche Orbs... Das ist mein Buch, oder? Nein, ich komme nicht mal in den Buch, doch. Gar nix. Na gut. Oh, nur Literatur. Let's go, Alter. Wenn ich genau redet, dann sage ich, dass es ein Dämon war, weil das einmal viel zu aggressiv war. Nein, Dämon wäre schneller gewesen. Dämon. Wollen wir mal hören, was Anna zu sagen hat. Mh... Jura... Hallöchen. Hätte ich nicht einfach gelassen. Mh-h-h-ha-ha-ha. Musstest... Musstest du sterben? Ja, ich habe mich in der Zelle versteckt. Kommt natürlich direkt in meine Zelle. Ganz schlechte Idee. Ja, so, das ist das mit dieser Folge Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Dankeschön fürs Vorbeischauen, haut da rein Schaut Bad Chasen vorbei, um die Sims beim nächsten Mal Haut rein und tschö mit Ö Ciao